Heute geht es um deine nächtlichen Träume und was sie bedeuten. 30 Jahre lang habe ich intensive Traumforschung betrieben und für dich einen kostenlosen neunteiligen E-Mail Traumkurs zusammengestellt. Wenn du jemand bist, der wissen möchte, was deine Träume bedeuten und du die Inspiration hast, mehr aus deinem Leben zu machen und die beste Version deines Lebens zu verwirklichen, dann werden deine Träume dir dabei helfen. Du kennst sicherlich diese Träume, wo du nachts aufwachst und du kommst nicht an die Essenz dieses Traumes heran. Der Traum wühlt dich auf, du weißt, dass er etwas Wichtiges zu bedeuten hat, aber du kommst einfach nicht an diesen Traum heran. In weit über 1000 Traumsitzungen habe ich Menschen durch ihre Träume geführt, in der Form, dass sie ihren Traum selbst entschlüsselt haben. Nach der Entschlüsselung gab es keinen Traum, der nicht wenigstens eine lebensverändernde Botschaft oder Einsicht für die betreffende Person bereithielt. Das heißt, das Geschenk, das deine Träume dir jede Nacht geben, ist, du erhältst Anregungen und Lösungen aus einer höheren Quelle heraus, um dein Leben, um das Leben deiner Liebsten und die Welt jeden Tag ein Stück besser machen zu können. Hier ist der neunteilige Traumkurs, den ich für dich zusammengestellt habe, damit du den nächtlichen Botschaften deiner Träume auf die Spur kommen kannst. Im ersten Teil erfährst du, woher deine Träume kommen. Am zweiten Tag bekommst du fünf Tipps, um dich sofort besser an deine Träume zu erinnern. Am dritten Tag erfährst du das Wichtigste über Traumsymbole und die wichtigste Botschaft bezüglich Traumsymbole. Jedes Traumsymbol hat für dich eine individuelle, persönliche Bedeutung. Im vierten Teil erfährst du, was deine Träume über deine persönliche Bestimmung verraten. Im fünften Teil geht es um Albträume. Das heißt, solltest du mal einen Albtraum haben, findest du hier eine Anleitung, wie du vorgehen kannst und wie du diesen Traum für dich auflösen kannst. Am sechsten Tag sprechen wir über Wiederholungsträume und ich bin sicher, du kennst Träume, die immer mal wieder kommen und taucht in gewissen Abständen immer wieder ein Traum auf, dann ist es empfehlenswert, dich diesen Traum tiefer anzuschauen. Denn dann möchte dein Unterbewusstsein oder deine Seele dich auf etwas aufmerksam machen, was jetzt im Moment in deiner jetzigen Lebenssituation dringlich ist, wesentlich ist. Und dieser Traum wird dir einen Tipp, einen Hinweis geben, der jetzt in deiner Lebenssituation wichtig ist. Im siebten Teil sprechen wir darüber, wie deine Träume dir helfen, deinen Weg authentisch zu gehen. Das Wichtigste ist, dass du deinen Weg in Wahrheit und Liebe, ehrlich und authentisch gehst. Und deine innere Führung hilft dir dabei und unter anderem eben über deine Träume, die du jede Nacht empfängst. Am achten Tag bekommst du von mir eine goldene Frage. Und wenn du dir diese Frage ernsthaft stellst, dann wirst du Antworten empfangen. Und diese Antworten werden dein Leben verändern. Und damit das passieren kann, geht es am letzten Tag des Kurses unter anderem um die 72-Stunden-Regel. Das heißt, setze die Erkenntnisse, die du aus deinen Träumen bekommst und von denen du tief in dir drin fühlst, dass sie wahr sind. Setze diese Erkenntnisse um. Das ist der wichtigste Schritt. Das gilt selbstverständlich für alle Erkenntnisse, die du im Leben machst. So, mache innerhalb von drei Tagen oder besser noch am gleichen Tag nach einer Erkenntnis den ersten Schritt zur Umsetzung. Und dann wird dich nichts mehr im Leben aufhalten. Wenn du neugierig auf deine Träume geworden bist, gehe einfach auf diesen Link, der hier eingeblendet ist. Oder klicke unten im Text den Link an und du kommst sofort auf die Seite, wo du dir diesen Kurs kostenlos per Mail zusenden kannst. Bitte teile dieses Video mit anderen Menschen. Gebe ein Like, wenn es dir gefällt. Und abonniere diesen Kanal und denke daran, die Glocke zu klicken, um über neue Videos informiert zu werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Erforschen deiner Träume. God bless you. Von Herzen atme.